Heyo Leute, herzlich willkommen zu Shellshock, nachdem ich Balu in der letzten Folge zweimal zerstört habe. Spoiler! Alter, ohne willst du bist so ein Arsch. Jetzt wollen wir mal gucken, ob es jetzt besser wird. Gleiches Recht für alle oder so. Übel, der Abfuck. Ah, oh, ich stehe jetzt hier aber nicht so gut. Wieso darfst du da? Ne, diesmal darf ich anfangen. Okay, das ist fair. Oh, oder auch nicht. Geil, jetzt habe ich mich in der letzten Folge beschwert, dass ich scheiß Waffen habe. Und jetzt sind alle Waffen, die ich mir gewünscht habe, da. Wow. Einmal, einmal Guppi-Schwarm auf Basti, aber leider nichts getroffen. Alter. Ist halt gerade scheiße hier, diese Position ist scheiße. Hm, 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 hm. Ich muss erstmal irgendwie was finden, wie ich Basti treffen kann. Nein, es war zu weit. Ah, Snake ist aber immer auch ein gefährliches Ding, ne. Erstmal hier von der Kante weg, das gefällt mir schon mal nicht so. So, jetzt müssen wir mal gucken, Basti ist relativ nah dran. Die Flugbahn müsste so passen, dann schieben wir doch mal. Nein, das reicht nicht. Nein, es kommt zurück. Okay. Okay, pass auf, jetzt machen wir eins, zwei, drei, vier, fünf. Nein! Nee. Richtig, das war nicht richtig. So, eins, zwei, drei, vier, ne, warte, die heben wir mal auf für später. Der kriegt jetzt erstmal was langweiligeres ins Gesicht, wo ich noch davon ausgehen kann, dass es trifft. Das, bitte, reich, 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 ja. Ah, komm schon. Ja, okay, es hat getroffen. Und ich komme dann nicht mehr hoch. Geil. Das ist wieder mal ein Verarsche pur, ja. Basti ärgern, es ist einfach, es ist delicious. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Basti, reich, dich immer so süß auf. Wehe, du triffst jetzt das damit. Nein. Wenn das klappt, ne, dann gebe ich dir fünf Kisten Bier aus. Ich habe mich auch gewundert, Alter. Versuch was wert. Basti, jetzt nerv ich dich noch ein bisschen mehr. Alter. Das ist so lächerlich. Schön ist es auf der Welt zu sein. Nein, und dann springst du in die Richtung. Sprach. Oh nein, jetzt haben sie wieder, ach, jetzt, dann muss ich mal eine ganze Einstellung verändern. Ne, das tun wir mal nicht. Dann nehmen wir lieber hier so ein Bouncy-Ding und gehen davon aus, dass es mich nicht trifft. Das ist schon mal okay. Diese Waffe benutze ich eh nicht, die Scheiße. Go, Basti, go, Basti, go. Nein, nicht mit dem Ding. Das habe ich auch. Okay. Ganz knapp. Ganz knapp. Man berührt sogar schon meinen Panzer. Ach, komm schon. Du blöde Spiel. Hier, können wir nochmal spielen. Na gut. Na gut, war das dumme Leid-Spiel. Das war nicht so gemeint. Oh ja, komm schon. Mit dem Safe-Ding. Da kann ja jeder treffen. Jetzt kriegst du erstmal einen Zipper ab. Ich hoffe, der trifft. Ja, tut er. Wie auch immer diese Distanz berechnet wird bei dem Spiel. Äh, äh. Äh, äh. Ja, Alter. Ja! Wie kann denn das sein, Mann? Ach, jetzt komme ich da wieder nicht durch. Versuchen wir es mal so. Oh! Scheiß Berg im Weg, Mann. Der hätte dich sonst getroffen. Krieg ich jetzt mal irgendwas Gutes, bitte? Nein, jetzt nicht nur Double Damage. Nein, nein, nein. Was macht das? Was macht das? Ja! Wow, was? Sean macht das. Ja, aber ganz ordentlich. Und dann auch Double Damage. Äh, das war nicht gut. Das war nicht so, wie ich mir... Könntest du jetzt mal neue Waffen geben? Dankeschön. Oh, 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 oh. Eins, eins. Eins nur. Zwei. Zwei. Und... Fick dich, Spiel, Mann. Ehrlich. Ohne Scheiß. Los, Basti. Lass dich raus teleportieren. Wenn ich's treffen würde. Ich versuch's jetzt einfach mal. Das ist die Magie dahinter. Warte mal. Wenn ich's so mach. Ja? Ja? Amen! Oh, das Alter! Der Mann hat da getroffen! Ja, 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 nein! Das war ein geiler Schutt, Mann. Ey, nee. Boah. Alter, Baloui, was war das denn, Mann? Wow. Wow, ich habe noch nie so schlechte Waffe gesehen. Ne Mega-Nuke? Dein Ernst? Nein! Fuck, Alter! Scheiß. Das bisschen. Ey, Mann, Mann, Mann. Tja, wie krieg ich dich denn da jetzt weg, Kollege? Das gefällt mir mal so gar nicht hier. What? Was war das? Sniper. Okay, hat aber nicht... Nahkampf-Sniper. Scheiße. Oh. Okay, pass auf. Ja, verpässe dich lieber. Genau, würde ich nämlich auch mal an deiner Stelle. Nein! Das kriegst du auch nicht. Ja, und ihr seid dann bei einem Kreis, Alter! Alter! Alter, ich habe nichts abgekriegt. Junge, Kammer, nur so viel Lachs auf wie du. Ehrlich, Alter. Oh, shit, Mann. Da, verreckt dran, ey. Alter. Das war mies. Ich versuche es, was? Nein! Ja! Ja! Oh, Leck! Oh, Leck! Oh, Leck! Sag mal, was ist denn da los bei dir gerade? Also, irgendwas ist doch bei dir nicht in Ordnung. Alter, Value, das war der Hammer gerade. Ja, ich habe es gesehen, leider. Heilige Scheiße! Oh, nein. Nur das Ding ist halt, du hast... Ja, wow. Komm schon, komm schon. Nein! Weiß nicht, was ich sonst machen soll, ne? Shit, 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 shit. Oh, war. Und der eine trifft mich selber, oder? Alter! Ja, und jetzt regst du mich down wahrscheinlich. Jetzt habe ich gewonnen. Ja. War das knapp? Was wollte ich machen, ey? Das war aber gut. Also, ich fand, das war... Da saß dich ziemlich gut daraus befreit. Also, kann ich jetzt nichts gegen sagen. Ja, Alter, und zwar... Ich habe ein paar geile Moves gehabt. Und die Nuke, Alter, die Nuke. Oh, Leck, ey. Ich glaube, ich habe noch nie so eine geile Waffe gesehen. Ja, ja, die ist echt geil. Gibt die nahe, standardmäßig? Ich weiß es nicht. Oder findet man die immer nur? Geil. Ready für die zweite Runde. Ja, ja, warte, ich muss eben... Ich kriege gerade so viel Zeug. Ähm. Alter, ey, Mann. So, jetzt bin ich ready. Und ich sitze wieder in einem Loch. Alter. Das ist so lächerlich. Ja, das ist nicht fair. Das stimmt wohl. Aber was ist schon... Nein, nein. Boah, die kommt gut. Nein! Nein, aber... Puh. Fahren wir erstmal irgendwo auf die Schräge. Ich habe gelernt, an Schrägen ist man ziemlich unangreifbar. Yes. Yes. Und Basti heckt in seinem Loch. Basti und sein Loch. Basti... Oh, oh. Okay, ja, ja. Das kann man mal machen, ne? Alter. Nein! Ja! Oh, was war... Was ist denn alles in der Welt? Warum ist die so schnell explodiert, diese blöde Kuh? Hast du das gesehen, Alter? Ja, übel. Wie dumm. Ah, 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 ah. Ich dachte eigentlich, dass ich gut stehen würde, aber irgendwie habe ich immer mehr das Gefühl. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich habe gerade nur Kackwaffen, ehrlich gesagt. Ähm. Ja. Dankeschön. Oh, Mann, Alter. Alter. Da trifft gar nichts mehr so. So kriege ich Basti nicht mehr da unten im Loch. So geht das nicht. Ich brauche irgendwas. Ich habe jetzt auch nichts, um dich da wegzuholen. Ach, jetzt hör doch mal auf, Mann. Jetzt war es so, wie es mir ging die ganze Zeit. Ich habe nicht aufgepasst. Nichts gescheitert. Boah, ey. Oh. Da. Alles klar, Alter. Wir sind die bei Mario. Ist aber klar. Ey, nee. Aber doch, machst du Schaden wenigstens. Ja, zweimal. Vielleicht so. Ach, shit, Mann. Ja, jetzt hole ich dir auch noch dein Dreckslock raus. Na, ist doch gut. Nee. Nee, so gar nicht. Alles klar. Machen wir es so. Hui. Also, wenn der trifft, ne, dann heiße ich aber echt Anton. Ah, schade. So knapp, Alter. Ja, ich habe gedacht, ich versuche es einfach mal. So wie ich? Habe es auch nur probiert. Du stehst gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Nein. Basti, wenn ich sage, du stehst gut, was heißt das für dich? Du musst nicht wegfahren. Richtig. Na gut, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Jawohl. Wenn ich so etwas... Mann, Mann, Mann. Alter. Sniper! Er hat einfach Sniper. Aber du stehst aber halt auch geil, ne? Das darfst du nicht vergessen. Ja, schon die ganze Zeit. Oh, scheiße. Da war... Nein! Da lacht man... Wie scheiße bin ich denn, wie du schön, meine ich mal? Okay. Was haben wir hier noch? Hm. Ah, nicht so richtig Schönes dabei diesmal. Alter, wie knapp kann es denn sein, ey? Irgendwie. Das war echt knapp. Ich hasse diese Waffe einfach. Ich hasse sie so sehr. Ah, mhm. Schön. Batz! Nein, es war zu weit. Fuck it. Oh, Mann. Puh, ein Glück. Bams! Und bounce around the clock tonight. Ja, sehr schön. Es reicht halt immer noch nicht. Okay. Kann man mal machen, ne? Nicht weglaufen. Basti, ich brauch dich noch. Wer einfach baut. Tschüss. Ne, doch. Jawohl. Der war jetzt nicht so. Und jetzt... Dankeschön, Spiel. Alter. Einmal Kamikaze. Was macht denn Kamikaze? Okay, wir das probieren wir aus. Boah. Schade. Da hättest du echt drunter sitzen müssen eigentlich. Ab ins Loch mit dir, Mann. Nee, nein. Oh, das könnte jetzt sogar gewesen sein. Ja, das war's. Ja, Amen. Endlich ist dieser Drecksack tot. Glückwunsch. Alter. Glückwunsch, Basti. Du hast es gut gemacht. Boah. Was war das, ey? Schrecklich war das, Baloui. Schrecklich. Schrecklich schön. War echt anstrengend. Ja, dann. Kannst du die Folge abmoderieren heute. Ja, ja. Das war's, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Schaut bei Baloui vorbei und tschüss. Und bei Basti. Bye, bye. Befreie den Drachen in dir. Kaufe Empire Dragon Merch vom Baloui auf Elbster.de Der Link ist unten in der Beschreibung. Und bei Basti hin. Aber in der Beschreibung. Und bei Basti hin. Und bei Basti hin. Ich bin froh, Ich bin froh.